Aber, du, diesmal werde ich leider den Illidan, äh, den Deckard fokussen. Der wird sterben. Ich werde sein Leben beenden. Hm, nicht denn hier Geiles machen. Unterstützt einen Verbündeten und erhält selbst neue Fähigkeiten. Er ist bis zum Start des Spiels gesperrt. Stirb doch, Lenni. Na, Lenni, liegst du bequem auf deiner Decke? Perfekt, wir haben den Drachen-Dings. Wenn meine Maus mal ein bisschen reagieren würde, wäre das geil. Dingo! Das war nice. Oh, das war mal ein ziemlich nices Match, Bruder. So, schade Schokolade für die Gegner. Nee, ja! Uuuuh, habt ihr das gesehen? Aha! Wir beamen die Schraube da oben drauf. Bunker vom Onkel. Mhm. Das klingt so, als ob wir da Sachen vorfinden, die ich lieber nicht vorfinden möchte. Hm. Der Teppich wird mit Fliesengeräuschen verlegt. Der sieht voll schick aus eigentlich hier. Geil, Alter. Das ist wieder was für Sarah. Hallo, ob du's glaubst oder nicht, aber es hat einen Sinn, warum du da nicht hin sollst. Sora! Oh, dieses Viech, ne? Komm da jetzt weg! Ja, runter da! Komm! Ein Mob oder Besen funktioniert bei den Kakerlaken nicht, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir können's ja ausprobieren, weil immer genug Geld. So, die Frage, ob wir da raufkriegen, was wir so raufkriegen wollen. Ach, hier ist noch ein Müll. Und hier hinten, pass auf, das Pornozimmer, ja? Hier steht einfach nur ein Stuhl drin. Und was ich ja komisch finde, dass du's theoretisch von innen abschließen kannst, ne? Das Zimmer. Es hätte echt gefehlt. Das sieht einfach so aus. Als ob der Besitzer hier Leute drauf gefesselt hat und sonst was, ne? Dass das nur noch von außen abzusperren ist. Also, da hätte ich jetzt noch mitgerechnet, dass der das macht. Aber, naja. Dann kommen die nämlich mit ihrer DVD-Sammlung in den Keller und können bis ans Ende der Zeit, ähm, Dings hier. Filme gucken in der Apokalypse. Ach, scheiße. Ich hab ihn getötet! Guck mal her, ja. Heil dich. Oh, das ist aber das. Guck mal, Auto. Daumen ist da. Danke dir. Jetzt rennt die Merk! Alter, ja dann grip hier. Dann ist mir das egal. Übrigens ist mein Bruder nicht der ruhigeste beim Spielen? Falls da schon mal jemandem aufgerechnet. Hab ich... Hab ich mitbekommen? Weiß halt nicht selbst. Mach ich auch immer. Mach ich auch immer. Wenn ich mich sehe. Also, ich fand mich toll. Ich find meine... Hilfe, ich hab meine Tastatur umbelegt und finde ich... Weiß nicht mehr auf welche Tasten ich das Fähnchen gelegt hab. Ah, hier. Hilfe, ich hab meine Tastatur umbelegt. Oder wir lieben und probieren vielleicht erstmal einen 112er. Pfff. Nein. Nein. Niemals! Abgelehnt. Hier ist ne Mutter, das ist ganz geil. Hier ist ne Mutter? Ich platz eins. Es ist 17 Uhr. Wie passiert nichts? Oh nein! Wahrscheinlich startet zuerst um 18 Uhr. Wenn ich auf Heldenwechsel gehe, ist der Reinkarnieren-Button immer kurz nicht ausgegraut und dann erst ausgegraut. Das ist immer sehr... Ist ganz gemein. Was ist das dann, Alter? Irgendwie sind hier Tentakel-Noven. Nur du siehst die! Ja, vielleicht ist das ja deine Fähigkeit, hm. Echt? Wie soll ich denn als Dämonenjäger Tentakel-Novas, Carsten, Mann? Ja, wer weiß. Wie sollen wir das denn machen? Sora! Sora, komm da raus jetzt! Sag mal, glaubst du, ich hör dich nicht, oder was? Hallo? Ja, weg da! Oh man, geh doch ins... Auf... Äh, Mann. Mir ist gerade keine Beleidigung eingefallen. Boah, geh doch zur Seite, du Bruder Malachi. Was heißt... Was heißt für... Was... Außerdem das Scheibenwischer. Ach, schön. Ich könnte das immer wieder machen. Ja, das ist ja auch der absolute Losskiller. Weißt du, da macht sie mich voll heiß auf ne Goblin-Party. Und dann... Und dann enttäuscht sie mich wieder maßlos, ey. Kannst du natürlich, wenn das nächste Mal die Illusions weg sind? Ich könnte ihn wirklich ernsten. Jetzt zum Beispiel. Ja, ich krieg den... Ja, jetzt könnt... Mach mal... Mach ihn weg und wir gehen. Ein Aschermandel im Primal. Ja, ja. Dass du irgendwas Sinnvolles bekommst, ne? So, aber ich werde offline gehen. User disconnected from your channel. So. Endlich ist er weg. Scheid. Scheid. Leute, ich kann das nicht aufwerten. Einmal noch. Na geil aus. Ih, den Trick kannst du behalten. Aber wir brauchen ja unser fettes Alkoholregal und die vielen edlen Teller. Das liegt jetzt einfach hier. Das sind seine Visitenkarten oder so. Also wenn du gestörte Leute suchst, dann musst du hierher kommen. Das ist echt so. Also... Sarah ist die mit dem größten Dachschaden hier. Das kann ich dir versichern. Die kommen halbnackt da aus dem Ding raus gefühlt, aber das interessiert die hier ja nicht. Ich habe so das Gefühl, die fließen durch den Magen einfach durch und gehen direkt in die Blase, ey. Und du musst echt gleich Sport treiben. Es tut mir leid, aber... Die Apokalypse. Das interessiert den bestimmt. Ne, noch so einen Busch hinstellen. Dauert jetzt ja eh einen Moment, bis ich die Pflanzen hier drauf getan habe. Wo seht ihr denn hier einen runden Tisch, bitte? Dieser Moment, wenn einem in der Früh mega kalt ist und man extra einen Bademantel anzieht. Alles klar. Gut, das passiert mir jetzt nicht so. Da wollte ich dann einfach so Toilette und Dusche reinbasteln. Was ist denn hier passiert? Toll! Ich komme damit schon zurecht. Das wird schon. Ich finde aber interessant, dass uns noch niemand gesagt hat, dass unser Pferd stinkt oder so. Das wurde mir ja gesagt, als ich es gekauft habe. Ja, das Pferd ist echt toll, aber es stinkt halt. Und du sitzt da und denkst dir so, okay... Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herren. Und jetzt kommt der Typ rein. Ich sag's euch. Jetzt kommt der Typ rein. Und in zwei Monaten kommt sie, Heinrich, ich muss dir was sagen. Ich habe meine Tage nicht bekommen und ich war mit Dillwisch nicht mehr im Bett. Und Heinrich so, fuck. Also wenn man seinen Charakter wirklich fett machen möchte, dann macht man so richtig hier mit Fußspur und sowas Gilde. Mit V konnte man Seide werfen, oder? Ich gehe mit C. Mit Y. Womit war das denn? Achso, den Hammer kriegen wir so oder so nicht mit. Hat sich das auch erledigt. Dass sie überall spinnen. Ne, das sind so Kakerlaken oder so. Der redet noch nicht mit uns. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, wie der Roster liegt. Komm mal her. Das siehst du nicht so häufig. Es ist seine Kleine und dann fragt er sie, ob er jetzt endlich tot ist. So flirten wir nicht so deins bisher, oder? Mit vier Beinen. Ich kann zwei in die Hand nehmen und hab dann zwei. Oh. Ah! Oh Gott, Alter. Was denn? Neoke sollten aufpassen. Die kann jetzt auch stecken. Oh ja, ich habe den längeren von euch. Ich code euch das mal an.